Also wir kamen von hinten aus einer großen Straße und es standen gefühlt 3.000 Leute, die warteten. Und als wir dann so den ersten Blick hatten auf den Petersplatz, die Menschen sahen, diese Stimmung, die ersten Gesänge, das war, das war also schon einfach, das machte frei, es war schön, die ganzen Menschen zu sehen. Und als man dann mal hier saß und ich fand vor allem die Predigt, das war was, was mich die letzten Tage auch in Verbindung mit Katharina Kasper schon beschäftigt hat und das hat einfach gepasst. Das ist die Worte, die der Papst zu uns gerichtet hat, zu dem, ja, zu Katharina Kasper, zu der, die uns gekleidet hat und der wir hier waren. Das fand ich einfach sehr ergreifend, dass das so harmoniert hat. Für mich war die sehr emotional, weil dieser Ort verbinde ich da mit, wir waren mit meiner Mutter hier, zusammen mit meiner Schwester, die auch hier ist und jetzt nach 10 Jahren sind wir wieder an den Platz gekommen und die Heiligsprechung, das war sehr schön. Ja, sehr beeindruckend, hoch emotional und, ja, bewegend, war toll hier zu sein. Also ich fand es sehr schön, also ich fand es sehr bewegend und emotional, also auch weil das fiel mit mir so persönlich, also das war ein persönliches Bedürfnis von mir hierher zu kommen, auch wegen Erinnerungen und Verbindungen zu meiner Familie. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte und es hat mir auch sehr gesagt. Ich fand, es war eine wunderbare Feier, schlicht und ergreifend würdig und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Sehr frohmachende Stunden und ich freue mich, mit Ihnen allen hier auf dem Platz zu sein, dieser wunderbaren Feier beigebracht zu haben. Heilige Katharina, bitte kürzen, unsere neue Heilige. Ja, ich fand es eindrucksvoll. Es war eine tolle Erfahrung, einfach mal dabei sein zu können und besonders spannend fand ich, als der Platz ganz still wurde und man hier hätte eine Stecknadel fallen hören können. Tolle Erfahrungen.